Was geht meine einäugigen Piraten? In dem heutigen Video machen wir das erste Squid Game Skin Contest auf der Welt. Du kennst ja sicherlich das normale Skin Contest. Da stellen sich Leute hin und man kommt weiter etc. pp. In diesem Video gibt es aber eine zweite Phase. Und das Beste daran ist, die Spieler selbst wissen es gar nicht, dass es eine zweite Phase gibt. Das heißt, sie werden komplett damit überrascht. In der ersten Phase werden wir Leute weiterlassen, die das Thema Squid Game richtig umgesetzt haben. Aber es werden nur 14 Leute weitergelassen. Denn in der zweiten Phase spielen wir das echte Squid Game Spiel. Da werden alle 14 Spieler gegeneinander spielen, wer denn am Ende der beste Skin ist. Schreib du mir in die Kommentare gerne welchen Skin du weitergelassen hättest oder wen nicht. Lass jetzt gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke. Und benutze meinen Creator Code brexys-ytm-item-shop ein. Ich habe alle gesehen. Oder guck weg jetzt. Kann ich. Ich muss gucken. Guck nicht. Wir müssen uns überraschen. Sie hacken mich aber. Du sollst weglaufen. Ich will auch weglaufen. Mach Augen zu. Hä, du kannst auch Augen zu machen. So Leute, wir treffen uns alle bei Pleasure Park. Stellt euch bitte einfach in die Mitte. Ihr wisst wo. Auf das Fußballfeld. Das Fußballplatz. Auf die Mitte. In die Mitte vom Fußballfeld. Video Ende. Video Ende. Tschüss. Nein. Dann könnt ihr schon mal eine Reihe machen. Eine gesittigte Reihe. Genau so sieht es aus. Eine gesittigte Reihe. Ich habe Deutsch gelernt. Bei Galileo habe ich geguckt. Auch gesittigt. Dann kann der erste schon mal direkt reinkommen. Es geht los. Mit Squid Game Skin Contest. Die Farbe ist schon mal vorhanden. Die Farbe passt schon mal. Der sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Sehr düster. Er hat auch eine Maske auf. Hat auch eine Maske auf, ja. Hast du einen Backblink? Boom. Das Boom Backblink von der Boss-Ding. Das ist ein Dreieckkreis oder so. Wäre jetzt fett. Sieht man irgendwelche Symbole? Guck mal genau drauf. Auf seinem Ohr ist ein Symbol. Guck mal drauf. Ist ein Dreieck. Auf seinem Ohr ist ein Dreieck. Siehst du das? Yo, ich habe es auch gesehen. Das hat ihn so gerettet. Weiter. Du bist weiter. Tschüss. Dass er das selber gesehen hat. Oder sie. Eigentlich nicht. Der Nächste bitte. Komm rein. Ja. Sag mal so. Wie wenige würden sagen, das ist ein faules Ei. Das ist ein faules Ei. Es tut mir wirklich leid. Du hast hier Schmetterlingsflügel. Warum auch immer. Und willst du irgendwo hinfliegen? Willst du irgendwo hinfliegen? Dann flieg mal bitte. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier den Omega Skin. Das ist ein Superheld. Das ist ein Superheld. Aber der ist halt immer noch. Der hat hier Frösche hinten. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es tatsächlich. Es macht es. Tut mir leid. Geh direkt runter. Auf Wiedersehen. Was willst du mir damit sagen? Mach zu die Tür. Das ist Italien. Ne, nicht mal das. Das ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Fisch mir damit sagt. Was hat... Komm ich noch mit Italien? Zeig mal deinen Backblink. Dreh dich mal um. Ja. Das ist Belgien. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Mach du. Du entscheidest in 3, 2, 1. Ich kann nicht. Er guckt mich mit seinen Augen an. Guck weg. Guck weg. Guck in die andere Richtung. Ich kann nicht, Bruder. Ich kann nicht. Dann ist er weiter. Dann bist du weiter. Dann geh weiter. Jawohl. Ja. Der Nächste. So. Wen haben wir hier? Wir haben hier Dr. Dooms. Dr. Dooms hat eine Maske. Er sieht aus wie Frontman, Digga. Jo. Okay. Du hast absolut recht. Du bist weiter. Du bist weiter. Tschüss. Den Umhang habe ich trotzdem weggelassen. Dafür bist du jetzt tot. Komm zurück. Nein, Spaß. So. Küken. Das ist der Küken. Das Küken. Küken hätte besser ein bisschen länger gewartet. Ich glaube, der Küken... Hast du einen Backblink? Steh mal auf. Ich suche halt den Zusammenhang mit Squid Game. Erklär mir den Zusammenhang, Bruder. Nicht mal die Farbe passt. Sorry, Bro. Es ist... Ey. Kill ihn. Kill ihn. Das Hühnchen wurde aggressiv. Okay. Da haben wir einen Halloween Skin. Den Raptor. Das ist doch der Raptor, ne? Das ist Raptor in Böse, ey. Raptor in Böse. Dreh dich mal um. Was hast du hier Schönes? Backblink. Du hast diese Hacken. Der gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sieht böse aus. Ja. Aber... Der könnte da arbeiten. Der könnte da echt arbeiten. Mach mal einen bösen Emote. Dann hast du mich. Mach einen bösen Emote, dann hast du mich. Uh. Der passt mit dem anderen da. Das ist ein richtiger, ja. Kill. Durch. Ne, warte mal. Doch, weiter. Ja, der war letztes Mal. Ja. Da fängt es schon wieder an. Was willst du mir sagen? Was hat er hinten? Ja, nee. Das ist, glaube ich, Squid Game 2. Das ist, glaube ich, Squid Game 2. Es tut mir echt leid, Bananenschale. Du hast es probiert. Der nächste. Oder die nächste. Ah. Nein, da liegt gold rum. Guck mal, Bruder. Das ist die Person von eben. Das ist die perfekte Wache. Aber meld dich nicht. Wache. Naja, eigentlich sind wir die perfekten Wachen. Aber das sind die zweitperfekten. Sein Backblink stabil. Mach mal was Böses für uns. Das sieht einfach nur böse aus. Mach mal was Böses. Du hast mich böse angeguckt. Du kannst weitergehen. Das ist einfach ein ganz normaler Skin. Was sagst du? Ach, das ist nicht in E-Sinn. Warte. Ach so. Jung-Yang ist das. Heißt die so? Meinst du, dass das Jung-Yang ist? Willst du Jung-Yang sein? Willst du damit Jung-Yang verkörpern? Hätte ich auch ganz schnell gesagt. Es gibt gar nicht Jung-Yang. Warum lügst du? Sieht ein bisschen aus an der Frisur. Hast du gerade gelogen? Ja oder nein? Ja. Er ist ehrlich. Sie oder er ist ehrlich. Du bist weiter. Los. Du bist weiter. Du hast das Spiel verstanden. Sieht ein bisschen aus wie die Schauspielerinnen. So, der nächste. Uff, 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 uff. Das ist auch eine Sache. Ey, wenn die Tür noch einmal aufgeht. Da geht es dir richtig, Remmidemmi. So. Wir haben hier den Raven-Skin in einer roten Variante mit den Spitzhacken. Boah, die Spitzhacken kenne ich gar nicht. Sind das seine Spitzhacken? Nein. Nein. Er hat sich Gedanken gemacht. Er hat sich echt Gedanken gemacht. Ich mag Raven. Ich fände Raven geil. Raven, du bist weiter. Erzähl mal, wie viele wieder drüben haben. Ja, Leute. Ich hatte wieder mein Bananengehirn ausgeschaltet. Wir haben vergessen, dass die Zone kommt. Und die hat uns richtig geberpet. Deswegen mussten alle nochmal raus. Wieder rein. Die Gewinner konnten natürlich schon weiter. Und wir haben es nochmal gemacht. Aber es wurde diesmal richtig lustig. Squid Game. Was hat dein Skin mit Squid Game zu tun? Ich habe es verstanden. Warte, 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 bevor du sie killst. Dieses Herz hinten drauf, das sind diese Verpackungen, wenn die tot sind. Und das schwarz ist, weil die tot sind. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Geh weiter. Du darfst weiter los. Was? So, was machst du da? Kämpfst du gerade um dein Leben? Kämpfst du gerade um dein Leben? Kämpfst du gerade um dein Leben, obwohl sie eine Wache ist. Krass. Warte, wohin? Hallo, komm mal zurück. Wer hat denn gesagt, dass du weiter bist? Komm mal zurück. Okay. Willst du nicht zurückkommen? Uff, uff, uff. Jetzt haben wir zwei. Ja, der war doch. Aber das ist der richtige, oder? Komm du mal her. Der hat der andere auch so ein Backblink. Komm du mal her. Ey, du, komm du mal her. Der auch so ein Backblink? Komm du mal her. Nein. Boah, der Backblink ist krass mit der MP5. So, jetzt müssen wir ein Duell machen. Jetzt kommen wir zu den Squid Games. Ihr müsst euch zerhacken. Einer von euch kommt weiter. Auf drei. Eins. Zwei, drei. Los. Okay, du hast gewonnen. Du hast Glück gehabt. Tut mir leid, wer das hier war. Das war krass. Was ist das hier? Ein Squid Game? Weißt du, ein Squid Game ist ja der Verräter. Ich schau auf alles. So, weiter geht's. Allein deswegen hat er es verdient. So. Ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das sieht aus wie der Boss. Der Boss. Der Goldene. Die Goldenen Typen. Du bist weiter los. Wie viel haben wir da? Wie viel haben wir da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achso, wir haben auch zwei von dem. Wir sind jetzt acht hier, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Boah, mit den Dreiecken. Komm mal her. Dein Backblink. Uff, 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 uff. Einer von denen muss jetzt kommen. Du, hey, du, Mote. Der ist irgendwie geil. Irgendwie ist der aber geil. Mote, komm mal her. Auf drei spitztakt ihr euch. Auf drei. Erst, wenn ich auf drei sage. Ihr seid beide zu krass. Mach mal die Tür hier zu. Ich hab wieder diese Tür. Auf drei spitztakt ihr euch. Okay, seid ihr beide voll? Seid ihr beide voll? Auf die Plätze. Fertig. Los. Die Arena geht schon kaputt. Dann noch der Nebelkiller dabei. Wer wird dieses Duell gewinnen? Uff, uff, uff. Du hast gewonnen. Du bist weiter. So, ihr geht schon mal zur Zone. Geht schon mal in die Zone rein. Los. Digga, bockt nicht. Sorry. Tötet ihn. Ich hab keine Munition. Nein, die Farbe bockt leider nicht. Sorry. Ist einfach weiß. Aber sag ich mal, sorry. Das ist gar keine Zone. So, der nächste. Boah, komm rein. Boah, der gefällt mir. Der hat hinten auch so ein, guck mal, so ein Pfeil-Dings mäßig. Wir haben so ein Pfeil. Das ist diese Treppe. Du weißt doch, diese lila Treppe. Ja, okay. Vier Sekunden, die Zone kommt. Du bist weiter. Zehn. Weiter, weiter, weiter. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt weiter in die Zone. Ihr geht weiter raus hier. Gefällt mir nicht. Sorry, Digga. Ja, bockt leider gar nicht. Dreh dich um. Das wäre Krümelchen gewesen. Ist das Krümelchen? Nee, Box ist Krümelchen. Sorry. Komm mal her, grün. Ja, grün passt halt wegen Gefangenen. Ja. Oh, schnick, schnack, schnuck. Ja, okay. Du bist weiter. Du bist weiter. Wer bist du hier? Der ist halt so ein Mix aus Frontman und Spieler. Ja, okay. Du bist auch weiter. Komm. So, Leute. Ihr seid die Auserwählten. Ihr seid die 14 besten Squid Game Skins in dieser Geschichte hier. Jetzt geht es nicht darum, wer der schönste Skin von euch ist, sondern wer... Bruder, hör doch mal auf zu tanzen, bitte. Wer am Ende der Spiele als einziger überlebt hat. Es geht um Geschick, Schnelligkeit und Wissen. Deswegen macht euch bereit für das erste Spiel. Und ich würde sagen, viel Glück. Auf welchen Skin setzt du? Auf mich. Okay. Ich setze auch auf mich. Tschüss. So, macht euch bereit. Verwirr die Leute mit E-Mode. Oh mein Gott. Uff, uff, uff. Einer ist raus. CPA ist raus. Boah, der ist neben mir gestorben. Ich dachte, ich wäre tot wegen dem E-Mode. Ach du Scheiße. Wer traut sich? E-Mode zu machen, wenn rot ist. Gehört nicht auf ihn. Ich habe es gerade gemacht. Man stirbt scheinbar nicht. So. Oh, oh. Uff, das war knapp. Das war richtig knapp. Denken auch, dass wir hier Marathon-Wettbewerb. Aber die machen alle ernst. Die laufen einfach durch. Die juckt nicht. Du Symbol-Style. Komm, komm, komm. Uff. Die macht Auge. Macht richtig Auge, Digga. Die macht diese andere Auge. Guck mal, der macht Faxen jetzt. Guck, pass auf. Ich schwöre sogar. Nein. Ich bin durch. Stell euch mal alle vor. Ich bin mit E-Mode durchgefahren. Ehrlich jetzt. Ich habe solche Balls gehauen. Ich hatte Sternen. Er war genauso scheiße. Sucht euch alle eine Form aus, die ihr ausschießen wollt. Stell euch am besten da vor. Und dann dürft ihr schießen. Schießt nicht daneben, sonst seid ihr raus. Oh nein. Spaß gemacht. Das war super einfach, Leute. Wer da nicht weiterkommt, ist selber schuld. Oh mein Gott, Bruder. Ich bin weiter. Pam. So, Leute. Ihr könnt euch jetzt gegenseitig umbringen. So habt ihr weniger Konkurrenz. Wenn es dunkel wird, könnt ihr euch schlagen. Aber lasst mich und Wannabe in Ruhe. Wannabe, komm mal zu mir. Wo bist du? So, naja, kommt in die Mitte. Ich warte auf euch. Ja, okay, dann schlagt gerne Wannabe. Lina, man pisst euch von mir. So. Ihr könnt euch schlagen. Geht weg von mir. Dann habt ihr weniger Konkurrenz. Will ich euch nur mal gesagt haben. Oha, der will mich wirklich umbringen. Oh, oh. Ich fühle mich. Oh, oh. Ich habe nur Faxen geschoben. Die schlagen sich da. Die schlagen sich da. Oh, oh. Oh mein Gott. Einfach mit draufhauen. Auch auf Dominik. 4, 3, 2. Ich mache mit. Ich baue voll die Snitch-Stick. Ich habe ihn gekillt. Ich habe Dominik niedergeknüpft. Dominik ist tot. Sag es jetzt, Dominik. Das Geld auf dem Sparschwein, in dem Sparschwein, über dem Sparschwein. Sprachenlernen Bubble. Ist gestiegen. Und wir gehen direkt in das dritte Spiel. Und das dritte Spiel ist Tau ziehen. Oh, die schon wieder. Wir sind mehr. Leute, ihr müsst alle gleich E drücken. Oder die Tasse, die ihr vor euch habt. Ist egal was. Drückt so schnell ihr könnt. Schön, schön. Zieht, zieht, zieht. Ja, ich sterbe schon. Super. Bist du tot? Nö. Leute, zieht. Wir müssen gewinnen. Zieht. Welchem Team bin ich überhaupt? Bist du bei mir? Ich drück wie ein Irrer. Ich verkack trotzdem. Nein, nein, nein. Ihr müsst drücken, drücken, drücken. Wir verkacken, drücken. Schön, schön, schön. Ja, sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ey. Immer in diesem Team, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir haben gewonnen. Easy, easy. Die schönsten Skins. Für diese Scheißaufgabe, ey. Die schönsten Skins sind bei uns. Wir haben gewonnen. Welche Skins haben gewonnen? Yo. Kommt mal alle zu mir. Oh mein Gott. Das wird gleich entschieden. Wer von euch ist der schönste Squid Game Skin in Deutschland? Einer von euch wird es sein. Verdammte Axt. Gleich oder ungleich. Ihr müsst euch gleich entscheiden, ob die Zahl davor gleich oder ungleich ist, bevor der Countdown auf Null gesetzt wird. So. Gleich oder ungleich. Ich sag, der ist gleich. Oh. Ich bin alleine mit meiner Meinung. Oh. 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 Er ist nicht unsicher. Ja, Digga. Gib ihm. Wir haben noch drei Steine. Ihr habt noch zwei Steine. Okay. Ich sag, es ist wieder gleich. Lasst euch nicht beeinflussen von mir. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wir sind weiter. Raven Skin und ich sind weiter. Alter. Einer von euch muss es jetzt schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Macht keinen Hack-Mack. Es entscheidet sich jetzt nur noch von uns beiden, Alter. Wir beide werden jetzt gegeneinander auf die Glasscheibe springen. Ja, ja. So sieht's aus. Ey, Raven Skin, mach nix. Mach nix. Mach nix. Du gewinnst, wenn der falsch liegt. Okay, Raven. Wir machen folgendes. Okay. Auf drei. Wenn wir beide springen, dann ist unentschieden. Wenn einer sich duckt, dann ist der einer dran. Okay? Hast du verstanden die Regeln? Auf die Plätze. Fertig. Los. Du bist ja ein ganz witziger, hä? Wir reden danach, inschallah. Damit bin ich der schönste Squid Game Skin und habe gewonnen. Oh mein Gott. Ich glaub, er hat es nicht verstanden. Ist nicht schlimm. Raven. Raven. Traurige Musik an der Stelle. Du bist der Gewinner der Herzen, okay? Ich geb dir das Geld. Du hast gewonnen. Wir sagen einfach, der Raven Skin hat gewonnen. Okay, Wannabe? Ja. Der hat alles richtig gemacht. Raven Skin, du hast alles richtig gemacht. Hey, Grinch-Fixx! Du bist mein Lieblings-Youtuber, bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.